Michelles Whispers ASMR Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, also erstes Video. Ich dachte, ich könnte ja nochmal ein Video auf Deutsch machen. Das habe ich jetzt irgendwie länger, ich glaube, das letzte Mal im August oder so, ich weiß schon gar nicht mehr, länger nicht mehr gemacht. Wie immer, super, super ungewohnt für mich, auf Deutsch mit euch zu sprechen, weil ich ja auch weiß, dass ein Großteil meiner Community gerade auf YouTube Deutsch gar nicht versteht und deswegen auch gar nicht versteht, was ich hier so rede. Ja, aber heute werden wir einfach flüstern, 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 flüstern. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele so Trigger-Videos gemacht und ich mag das dann immer so ein bisschen so balancen mit Flüstervideos. Meine Haare sind heute auch echt all over the place. Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ich sehr viel Englisch spreche, also auch wenn ich Deutsch im Alltag spreche, spreche ich sehr viel Englisch, also mit sehr vielen englischen Wörtern. Ja, ich weiß gar nicht so genau. Ich dachte, ich quatsche einfach mal über so Weihnachtstraditionen, weil ja jetzt, ja, ich mache ja gerade Vlogmas. Falls ihr das wisst, falls nicht, dann wisst ihr es jetzt. Also ich lade ja gerade jeden Tag ein Video hoch und ich habe mir überlegt, ja, worüber ich in diesem Video reden, quatschen kann. Und da macht ja eigentlich Weihnachtstraditionen viel Sinn. Sorry, ich bin beim Make-up und meinen Haaren heute nicht so zufrieden. Aber es versteht ja nur die Hälfte von euch. Naja, und falls ihr das Video jetzt findet, und es ist kein Weihnachten mehr, ich habe noch ein anderes Video, wo ich auf Deutsch quatsche. Oder falls ihr irgendwelche bestimmten Ideen oder Vorschläge habt zu Videos auf Deutsch, die ihr gerne, 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 genau, die ihr gerne sehen wollt, dann kommentiert mir das, ja, gerne in den Kommentaren. Also, das ist witzig, weil ich weiß, dass auf TikTok relativ viele aus Deutschland mir folgen. Aber wie gesagt, YouTube ist schon eher so ein bisschen internationaler. Und, ja, deswegen interessant auf jeden Fall. Aber ich poste das wahrscheinlich bei TikTok, damit die TikTok-Leute sich das auch angucken können. Und, naja, Weihnachtstraditionen, ich erzähle euch einfach mal, wie bei mir in der Kindheit, oder auch jetzt, aber vor allem in der Kindheit Weihnachten so abgelaufen ist. Und, ja, was so die Traditionen sind, und ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie das bei euch so ist. Ob das bei euch ähnlich ist, oder ganz anders, ob ihr überhaupt Weihnachten feiert. Weil, natürlich gibt es Menschen, die, ähm, keine Weihnachten feiern. Und, ja, also, als ich klein war, als ich kleine, 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 klein war, sind wir zu Weihnachten eigentlich immer in die Kirche gegangen. Und meine Familie macht das jetzt auch immer noch so. Also, meine Mutter, ich bin mir ziemlich sicher, mein Vater, die gehen alle in die Kirche. Genau. Aber damals bin ich ja noch mitgegangen. Und, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich. Aber ich, ähm, hab dann immer bei so Krippenspielen mitgemacht. Also, so Weihnachtsmusical war das. Also, quasi unsere Kirche hatte vorher immer so ein Musical einstudiert mit den ganzen Kindern von der Sonntagschule. Und, ähm, ja, ich war eins von diesen Kindern, das, ähm, immer dabei war. Also, ich hab auch oft die Hauptrolle bekommen. Oder zumindest, äh, viele Solos gesungen. Damals war mein großer Traum noch, äh, Schauspielerin und Sängerin zu werden. Und, ja, ich war, wie gesagt, bei, in der Kirche. Ähm, und wir haben dann am 4. Advent immer dieses Musical, äh, aufgesührt. Meine ganze Familie hat immer zugeguckt und Fotos gemacht, Videos und so. Also, es gibt bestimmt ganz viele peinliche Aufnahmen von mir. Naja, aber es ist wahrscheinlich eher süß als peinlich. Naja. Und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich vergessen. Ach so. Ja. Ich war, wie gesagt, immer in der Hauptrolle. Und, ähm, es ist mir auch irgendwie nie schwergefallen, die Texte auswendig zu lernen. Ähm, beziehungsweise, ja, mir die Texte zu merken. Und das war echt immer so ein Highlight für mich. Also, diese Musicals. Das hat echt immer richtig viel Spaß gemacht. Ähm, zumindest habe ich das als sehr spaßig in Erinnerung. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da mal irgendwie keinen Bock drauf hatte. Und ich glaube, daran sieht man, sieht man schon, dass ich damals schon, dass ich damals schon ein sehr kreativer Mensch war, der, ja, gerne solche Sachen gemacht hat, einfach, ne. Ja. Genau. Und dann wurde am 4. Advent immer das Musical aufgeführt. Und dann eine Woche später, weil dann Weihnachten und in meiner Familie war eigentlich so das Highlight, sag ich mal, am 24. Dezember. Also, ja, wir haben auch am 25. gefeiert. Aber der 24. war für uns Kinder oder auch die Erwachsenen der Gäste immer der Tag, wo am meisten, ja, los war. Und, ja, der hat meistens ganz gechillt und begonnen. Und dann sind wir in die Kirche gegangen, in einen Gottesdienst. Und, äh, danach sind wir zu meiner Oma gefahren. Und da gab es dann immer Essen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau daran erinnern. Also, ich weiß, ich esse ja mittlerweile schon lange kein Fleisch mehr. Aber es gab auf jeden Fall immer irgendwas mit Fleisch. Und es gab auch immer irgendwie so einen Hasen. Mein Opa hat diesen Hasen vorher immer so in der Dusche aufgehangen. Und ich weiß noch, dass ich das ganz, ganz schlimm fand als Kind. Und, genau, und dann, ja, gab es halt Essen. Und dann mussten wir Kinder, also, als wir noch kleiner waren. Jetzt ist es natürlich, also, ich habe auch ganz, ganz viele kleine, kleine, kleine Gassons, Gassons und Cousinen. Und die machen, also, wir machen das quasi immer noch so. Also, es hat sich eigentlich gar nicht so stark verändert. Außer, dass ich jetzt natürlich erwachsen bin und nicht mehr dazu, also, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau. Und dann sind eben, als wir kleiner waren, die Kinder hochgegangen. Also, meine Oma, die hat eine raus. Und da gibt es zwei, zwei, zwei Stöcke. Genau, und dann sind wir immer in den zweiten Stock und meistens hat dann noch irgendwer auf uns aufgepasst. Also, meine Tante oder ich weiß gar nicht genau. Und dann haben wir quasi gewartet. Und wir dachten damals als Kinder, dass wir auf das Christkind warten. Also, ich bin nicht mit dem Weihnachtsmann oder dem Nikolaus aufgewachsen. Also, wir haben den 6. Dezember. Das ist Nikolaustag. Aber abgesehen davon, ja, bin ich nicht mit Nikolaus oder Weihnachtsmann aufgewachsen, sondern mit dem Christkind. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, wie so ein kleiner Engel, der einfach rumfliegt. Und, ähm, ja. Also, so ein kleiner weißer Engel mit so goldenen Flügel, der rumfliegt und Geschenke verteilt. Und ich habe da wirklich dran geglaubt. Ich weiß nicht so genau, wie lange ich da dran geglaubt habe, aber ich habe da dran geglaubt. Oder so, ja. Und dann haben wir immer gewartet. Und in der Zeit haben die Erwachsenen halt aufgeräumt und sich unterhalten und was weiß ich. Aber wir dachten halt einfach, dass wir aufs Christkind warten. Und irgendwann hat meine Oma oder irgendjemand anderes von, ja, meiner Familie dann die Glocke geläutet. Und dann war halt immer klar, okay, jetzt gibt es Geschenke. Und das war natürlich ein Highlight als Kind. Und, ähm, ich meine, ich mag es auch immer noch, aber es ist natürlich nicht mehr ganz so krass wie damals. Also, man hat sich ja echt schon Tage und Wochen vor Weihnachten darauf gefreut, dass endlich Weihnachten ist. Und eigentlich echt schön. Und ich glaube, so dieses Kindliche, also, manchmal habe ich das auch immer noch und kann das auch channelen, so, sag ich mal. Aber ich glaube, so dieses Kindliche, wirklich unschuldige, sich auf Weihnachten freuen, das hat man echt nur so in der Kindheit. Aber vielleicht ist es bei euch nicht sowas. Vielleicht habt ihr das auch immer noch, kommentiert das gerne. Genau. Ja. Und dann sind wir runtergegangen und bevor wir die Geschenke bekommen haben, also wir waren auch echt oft einfach eine große Runde. Meine Oma, mein Opa, als der noch gelebt hat, ähm, meine ganzen Tanten, also meine Mutter hat drei, weißt du, also vier Tanten. Und teilweise hatten die dann auch schon Kinder, teilweise noch nicht, also sehr bunt gemischt an deren Partner. Also, es sind schon immer so mindestens zehn bis, ich glaube, höchstens 20 Leute. Also, es ist schon, ich weiß, es gibt natürlich noch größere Familien, aber es gibt ja auch Familien, die deutlich, deutlich kleiner sind. Und wir sind schon immer eine relativ große Runde gewesen, ja. Oder sind immer noch, genau. Ja, und dann gab's, äh, oder gibt's Geschenke, aber davor mussten wir oft noch irgendwie ein Gedicht oder sowas aufsagen. Oder wir haben Lieder gesungen oder so. Also, aber das hat halt nie so lange gedauert, weil, ja, die ganzen Kinder natürlich Geschenke haben wollten. Und dann hat sich irgendeiner eine Mütze aufgesetzt und die Geschenke verteilt. Ja, das war Heiligabend und der geht auch relativ lange. Also, wir sind dann immer so von sieben bis zwölf bei meiner Oma. Also, echt, ja, den ganzen Abend. Und meistens, wenn wir mit den Geschenke verteilt fertig waren, haben wir uns noch unterhalten oder noch irgendein Spiel gespielt oder so. Genau. Und dann am ersten Weihnachtstag hatten wir dann immer bei uns zu Hause, also bei meiner Mama oder meinem Papa oder bei beiden, ähm, ja, hatten wir Bescherung. Und dann sind wir meistens noch zu meiner anderen Oma gefahren. Genau, da gab's dann meistens so Kaffee und Kuchen und auch nochmal Geschenke. Und zweite Weihnachten ist eigentlich meistens nie irgendwas gewesen. Ähm, aber meine Tante hat da Geburtstag. Ja, und deswegen bin ich dann meistens einfach zu meiner Tante, zu ihrem Geburtstag. Ja, das waren die Weihnachtstraditionen aus dem Hause Michel. Ähm, jetzt ist es meistens so, also jetzt, wo ich älter bin, dass wir immer noch am 24. zu meiner Oma gehen. Also daran hat sich eigentlich wirklich gar nichts geändert, außer dass es halt mal mehr, mal weniger Leute sind. Aber im Endeffekt ist es immer die gleiche Runde. Und am ersten, ne, meine Eltern sind jetzt schon, meine Eltern sind jetzt schon ganz lange nicht mehr zusammen. Ähm, aber das ist okay, Leute. Also, äh, schon seit ich 13 bin, ich bin jetzt 26. Aber ich glaube, das ist auch bei vielen der Fall. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu privat war. Aber naja, egal. Ich habe ihr hier schon so viele private Details erzählt. Ähm, genau. Und, äh, mein Vater, der ist, der hat neu geheiratet. Und der ist jetzt immer an Weihnachten bei seiner Frau. Wir sind dann erste Weihnachten meistens bei meiner Mutter. Also wir machen einfach ein Frühstück. Und der restliche Tag ist relativ gechillt. Und am zweiten Weihnachtstag sind wir dann bei meinem Vater. Und das ist eigentlich auch ganz gechillt. Und meine andere Oma, ähm, die ist jetzt über Weihnachten immer im Urlaub. Und deswegen, also, das ist so ein bisschen ihr Traum, den es sich halt erfüllt. Und deswegen sind wir, ähm, bei meiner anderen Oma, äh, schon eine Woche vor Weihnachten. Also für mich ist es jetzt schon nächste Woche. Und dann gehen wir halt schon zu meiner Oma und feiern da schon Weihnachten, weil sie halt über Weihnachten nicht da ist. Und so, genau. Ja, das waren so ein bisschen unsere Weihnachtstraditionen. Also es ist schon sehr viel, äh, vor und zurück, hin und her. Aber ich habe halt immer, dadurch auch echt immer viel, also für meine Begriffe viele Geschenke bekommen. Wofür ich natürlich dankbar bin. Ähm, und es ist natürlich auch einfach schön mit der Familie Zeit zu verbringen. Ähm, wobei ich es manchmal so ein bisschen schade finde. Dass es nur so an Weihnachten ist, weil, also ja, ich sehe meine Oma oder so auch an anderen Tagen. Aber, dass man sich wirklich mal so zusammensetzt, das macht man ja irgendwie sonst nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber naja. Ähm, ja. Das sind die Weihnachtstraditionen. Meine Kopfhörer fallen die ganze Zeit raus. Und ich wollte eigentlich nur ein Thema haben, über das ich mit euch reden kann, auf Deutsch. Und ich dachte, es könnte ganz entspannend sein für den ein oder anderen. Weil es jetzt auch nicht so spannend ist, dass man da, wie jetzt bei meinem Dating-Gossip oder so, dass man da mitbekommen will, was passiert. Sondern, dass man da einfach, ja, so einschlafen kann. Und das war so ein bisschen mein Ziel mit diesem Video. Ja, wie gesagt, kommentiert eure Weihnachtstraditionen, wenn ihr das möchtet. Aber ich bin gespannt, wie die aussehen und wie die anders sind als die von mir. Ihr könnt ja auch, ihr könnt ja auch gerne mal sagen, ob eure Weihnachtstraditionen so ähnlich sind wie die von mir, die ich beschrieben habe. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und noch eine gute Weihnachtszeit. Und ja, wenn ihr mehr Videos auf Deutsch wollt und je nachdem auch was für Videos auf Deutsch, dann kommentiert das gerne auch. Und ja, bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye.